Spring Was geht Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Habe ich jetzt stoppt? Pepper und ihre Freunde machen heute eine Zustenfahrt Perfekt! Herr Löffel ist Herr Löffel. Herr Löffel ist am Schatz. Wie viel? Sehr gut! Der war super! 1, 2, 4. Die Möchen? Früher waren es zwar Kinder, jetzt sind es Möchen. Zehn Lehrerpfarrscheine und einen Kinder. Zehn Lehrerpfarrscheine! Also das Kind macht heute einen Ausflug mit den Lehrern! Perfekt! Oh 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 oh! Es bitte! Es, es ist die... Möhren! Bitte Kinder, nicht! Oh! Ich dachte das ist ein Lehrer! Darf ich bitte die Möhren sehen? Das ist so dumm! Er hat sie denen doch gerade verkauft! Wieso dann nochmal kontrollieren, Alter! Und warum haben... Ey, jetzt mal ehrlich! Warum hat jeder die gleiche Zahl darauf? Ja gut, vielleicht ist es eine Zone, aber das macht doch gar keinen Sinn! Das ist ein seltsamer Fahrschein, ne? Mein Fahrschein ist... Und vor allem, er hat ihn gerade erst gekriegt... Weg! Ist weg! Kick! Und gleicheinigen hast du... Du musst besser aufpassen! Ach, ist gut! Da, 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 da ist dein Fahrschein! Weil er liegt einfach vor ihm! Plötzlich... So ganz plötzlich liegt er vor ihm! Verliere ihn aber nicht nochmal! Aber... Da kommt der Zuhust! Der Zuhust! Der Zuhust! Zausier! Nein, Schorsch! Ein Zausier-Zuhust- Frau Mümmel! Ach, was? Ah, hurra! Ah, hurra! Ich möchte auch so'n Zug, wo jeder sitzt, wer seine eigene Tür hat, Mann! Ist viel entspannter! Ich musste dich nicht immer bis vorne durchkämpfen, wenn der Zug voll ist. In meiner Schulzeit, wenn ich Zug fahren musste, war der immer arschvoll! Aber so richtig voll, dass du dich richtig nach vorne durchboxen musstest! Da hätte ich mir solche Türen gewünscht! Die Kinder sollen nach allem Ausschau halten, was auf dem Arbeitsblatt steht. Ein Bo... Nein! Nein! Ja, fertig! Signalpfosten... Und ein Hörnunnel! Ich... Ein Hörnunnel! Wer kennt's nicht, den Hörnunnel? Früher war es mal Tunnel! Ich... Oh... Sind Bäume... Bäume... Äh... Sind Bäume... Bäume... Äh... Ich würde sagen, Bäume ist Wasserstoff! Und ich sehe Warwolken! Warwolken! Sind Wolken... Ein... Ich sehe Opa Clef! Bäh! Bäh! Ayoha! 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 Na gut, hört sich auch so ein bisschen Japanisch an, ne? Ayoha! 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 Pippa! Mein Opa ist doch nicht auf! Mein Opa ist... Aber er fährt mit einem Boon! Ja! Das Boot auf dem Arbeitsblatt ist... Das Boot auf dem Arbeitsblatt... Was? Ja, heute ist alles was was ist! Das Arbeitsblatt ist sowieso bescheuert... Was ist, wenn kein Boot vorbeigekommen wäre? Hätten alle versagt, weil es nicht vorbeigekommen wäre. Das wäre richtig unfair. Wichtig unfair, natürlich. Böhren, bitte. Herr Löffel kontrolliert. Herr Löffel... Böhren. Vor allem, er hat... Er kontrolliert sie jetzt. Er verkauft die Fahrscheine direkt vor ihm und sieht, wie sie verteilt werden. Dann kontrolliert er. Und jetzt im Zug kontrolliert er nochmal. Also ich würde den Fahrkontrolleur... Fahrkontrolleur. So eine klatschen, wenn er dreimal ankommt und meinen Fahrschein sehen will. Ähm, ich hab meinen Fahrschein wohl verloren. Scheiße, das ist heftig. Oh je, wie ne. Da ist doch dein Fahrschein, Pedro. Du hast auf ihm gesessen. Pass auf, dass du ihn nicht nochmal verlierst, Pedro. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Ich kann auch nicht ins Bett gehen. Du bist schon im Bett. Ich hab noch kein Talent, das ich morgen zeigen kann. Wie wär's mit schlafen? Schlafen ist ein cooles Talent. Aber du hast viele Talente, Peppa. Welche denn? Ich würde es gerne hören. Wie denn schon wieder möhnen? Das ist ein krasses Talent. Ähm, ich kann tanzen. Dreh mal den Sound auf, Digga. Im Büro von Papa Scheißwutz. Papa Scheißwutz, genau. Heute ist Papa Wutz Tag. Peppa und Schorsch fahren mit Papa Wutz. Warum ist das dann kein Feiertag? Ist so unfair. Was hab ich denn davon, wenn mein Tag ist und es ist kein Feiertag? Da muss ich ja trotzdem Arbeit gehen. Wutz in seinen Schorsch. Papa, was schaust du so den ganzen Tag in deinem Büro? Lauter Lutsch. Lutschige Dinge. Ich zeig's euch. In diesem, ich weiß nicht, ob ich die sehen möchte. Bürohaus arbeitet, Papa Wutz. Wir sind da. Oh, was war das? Ja? Überfall. Hallo, Papa Wutz. Ist das nicht eigentlich Frau Mümmel? Darf ich aufdrücken? Hoho. Nein. Ja? Ich bin eins und eins. Oh nein. Oh, jetzt hat auch er mehr hochgekriegt, Alter. Jetzt wird's zu horribisch, ey. Ich bin die Königin. Oh du ich. Komm rein. Oh du ich. Mein Büro ist mein Büro. Wahnsinn. Das ist ein Kinderzimmer und kein Büro. Mit dem Aufzug. Erzähl den Scheiß. Darf ich den Knopf drücken? Nein. Ich glaube, Schorsch ist Schorsch. Nein, Schorsch. Drück den obersten. Schorsch hat doch gar nichts gesagt. Knopf, Schorsch. Oh je. Der Aufzug steckt wieder fest. Wieder? Das ist aber kein schöner Aufzug, wenn der ständig feststeckt. Da würde ich auch mal einen Fahrstuhlklempner rufen, Mann. Die fahren ganz hoch im letzten Stockwerk. Aber Schorsch drückt den... Ich weiß nicht, wenn ich knopfe. Pepper, Schorsch und Luzi zum obersten Stockwerk. Ui. Oberstes Stockwerk. Türen öffnen. Es war, äh, eins, zwei, drei, der vierte. Der vierte Knopf. Ja, der vierte Stock also. Beispielsweise der dritte Erdgeschoss zählt ja nicht. Ein Asch. Eine Minute, 37 Sekunden später. Das ist das Büro von Pakistan. Hallo alle zusammen. Das ist das Ding, Alter. Oh, ich hab hier die falsche Kamera. War bloß Fahrstuhlfahren. Patata, 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 Wutz. Äh, Fahrstuhlfangan. Herr Löffel und Frau Mietze sind Herr Löffel und Frau Mietze, nee, sind Kollegen von Papa Wutz. Heute habe ich zwei ganz besondere Besucher mitgebracht. Wann Und da steht nur Josh und Schorsch. Was hat Josh für eine riesen Nase, Alter? Du musst dich verbeugen, wenn du mit mir sprichst. Wutz hat Hühner. Wutz hat Hühner, perfekt. Sagt Hallo zu Sarah. Hallo. Perfekt. Und das ist Günther. Ja, doch Olaf. Entlang bitte für die Reise zum Mond. Herr Löffel führt Herr Löffel. Bereit? Bereit machen zum Abflug. Wir tun nicht. Wir tun nur so als ob, oder? Wir tun nicht. Möhren. Ja, mit seinem Möhren, Alter. 5, 3, 2, 1, Start. Hat der gerade 2 gesagt? 5, 3, 2, 1, Start. Oh, der war weg, der ist nicht mehr da. Pepper wurde jammer. Das einfach mal noch. Hier, die, die. Kommt mir gerade. Richtig krass. Weggeschöppert. Lol. Genau. Wir leben auf Pepper. Ich frage ihn auch. Weiß jemand, wie er heißt? Was? Schorsch. Das stimmt. Oh, sehr gut, Edmund. Genau. Hä? Edmund hat doch gar nichts gesagt. Es gibt noch 7 andere Planeten, die unsere Sonne umkreisen. Weiß jemand, wie sie heißen? Ähm. Der Merkur. Das stimmt. Hahaha. Ich bin ja auch Experte im Weltraum. Er hat gar nichts gesagt, total verkehrte Welt, Alter. Das war aber cool. Also, das hat mir sehr gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Tschüss. Tschüss. Tschüss.